Hey, äh, was ist denn los? Da ist ein, äh, sechseugiges Ding. Es kam aus dem Nichts. Es hat mich angegriffen. Was hat ihn angegriffen? Ein Monster. Was, Monster? Na endlich! Was Aufregendes! Aber du hast dich noch gar nicht mit meinen Problemen beschäftigt. Hörst du überhaupt zu? Jemand hat letzte Nacht fast alle meine Kaugummi-Bananen geklaut. Ja, das ist toll, aber er sagte Monster. Ich war in der Nähe des Wasserfalls. Es hatte sechs Augen und hat mich ins Wasser gestoßen. Perfekt. Äh, ich meine, nicht so schön für dich kann ich mir vorstellen, aber der Kampf gegen ein Monster, das ist Sache des Königs. Ich kümmere mich darum. Aufpassen! Leute, aufhören! Es ist nur ein Vogel! Hallo? Federn, Flügel, sehr hübsch. Hä? Ihr wollt also wirklich dieses angeblich sechseugige Ding angreifen, wenn ihr es seht? Wir wissen noch nicht mal, was es ist. Es greift Elfen an. Das heißt, erst blitzen und alle Fragen danach. Und wenn du mich fragst, brauchen wir keine Fragen. Seid einfach vorsichtig. Wir wissen nicht, was es ist oder was es will. Ich weiß, was ich will. Hey, ich hatte mehr Bananen. Hat einer von euch vielleicht die Bananen geklaut? Oh, großartig. Und schau, hat eine neue Spur. Na los, kommt! Geht ihr nur weiter. Ich muss die Bananen finden, die ich verloren hab. Monster oder nicht, es gibt keinen schlechten Zeitpunkt für eine Kaugummi-Banane. Keine Fußspuren, oh nein. Wo haben wir die Spur verloren? Joko! Joko! Joko, was ist passiert? Geht es dir gut? Irgendwas kam aus dem Busch. Es hat mich umgerannt. Als ich mich umgedreht habe, war es weg. Seht euch das an. Das hätte mein Arm sein können. Denkt ihr, wir haben auch Lasitas Bananen-Dieb gefunden? Ich denke schon. Aber das Gute ist, jetzt wissen wir, was wir als Köder nehmen können. Dieses Ding, was auch immer es ist, es ist stark. Und schnell. Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch. Seht doch. Sch-Sch-Sch. Habt ihr das gehört? Worauf warten wir? Wir sollten es überwältigen, bevor es uns wieder angreift. Okay. Auf drei. Eins, zwei. Wartet. Also wenn das so ist. Drei! Ich konnte verstehen, was es gewährt hat. Ich meine gesagt. Jetzt hört doch mal zu. Hört auf. Es ist kein Monster, es ist... Aufpassen! Pony-Einhörner? Wie konnten wir nur so dumm sein und denken, dass das Monster sind? Immerhin hatte ich recht mit den zwölf Beinen. Und jedes davon hat wehgetan. Nein. Dord! Na kommt! Dord! Na kommt! Dord. Dord.